Einen wunderschönen guten Abend. Ich war live gewesen bei Instagram. 20.15 Uhr komme ich ja immer live bei Instagram und habe coole, coole Nägel gemacht. Ich wollte euch mal diesen wunderschönen Nagellack zeigen. Den habe ich euch ja auch schon gezeigt, als ich einen DM-Haul gemacht habe diesen Monat. Falls ihr das noch nicht geschaut habt, müsst ihr es unbedingt gucken. Und diesen Klarlack, ich finde den auch sehr, sehr schön. Und schaut mal, ich habe so ein paar Steinschienen auf den Daumen gemacht. Und ich finde es richtig schön, in so einem Bildchen dazu. Es ist richtig, richtig wübsch geworden. Sieht sehr, sehr schön aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe aus wie ein Engel. Ich habe diese wunderschöne Palette benutzt. Ich war live bei Facebook und habe einen schönen Look geschminkt zu diesem Mascara, passend zu meinem Outfit. Und ich habe diesen wunderschönen Lippenstift benutzt. Und diesen Lipglas, der ist auch so schön. Ich habe diesen Stift benutzt und von meinem Schatzi dieses Parfüm benutzt. Das habe ich ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Ich erinnere mich immer wieder so gerne daran, habe ich das von ihm geschenkt bekommen, habe mir das ausgesucht. Das sind so schöne Erinnerungen. Ich denke immer noch mal, gehe sehr, sehr gerne zurück, wie wir uns kennengelernt haben. Das war so süß. Ja, richtig schön. Ich benutze es sehr, sehr gerne. Dazu diesen pastellen Schmuck, dazu diese Regen. Mein heutiges Outfit am Samstag. Und diese passende Tasche, die ist so schön. Richtig, richtig schön. Das sind die Schuhe dazu. Richtig cool. Das sind die Schmuck, dazu die Schmuck, dazu die Schmuck. Das sind die Schmuck, dazu die Schmuck, dazu die Schmuck. Das sind die Schmuck, dazu 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 die Schm Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Guten Morgen, wir frühstücken jetzt. Wir machen uns jetzt gemeint. Ich habe mir ja die Zeitschrift von Jolie geholt und da war diese mega süße kleine Palette dabei. Da habe ich mich so gefreut drüber. Ich zeige sie euch mal. Schaut mal, wie süß die ist. Und damit schminken wir uns jetzt einen schönen Look zu meinem Outfit. Wir haben mir jetzt am Wochenende jeden Tag Essen geholt. Einmal chinesisch und einen Eintopf so Pommes mit Currywurst hatten wir uns freitags geholt. Heute bestellen wir Schnitzel und Nudeln und eine leckere Weißweinsauce mit Salat. Da freuen wir uns schon drauf. Das essen wir heute. Was gibt es bei euch Gutes, Feines? Wie ist das Wetter bei euch? Also bei uns ist ganz, ganz schön die Sonne scheint. Und jetzt schminken wir einen schönen Look miteinander. Und jetzt schminken wir einen schönen Look. Eine ganz, ganz tolle, kleine, süße Palette. Richtig süß. Richtig süß. Maka. Ich nehme den heute. Das ist mein heutiger Schmuck, den ich trage. Und jetzt schminkt. Und jetzt schminken wir noch. Wetter ist so schön, Leute. Die Sonne scheint herrlich. Muss man nutzen. Die Sonnenstrahlen vom Oktober. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020